Wir komponieren mit Viren und Trost suchen wir bei den Tieren, damit die Viren uns nicht machen zu den Ehren. Darum kritisieren wir die Viren und lassen sie nicht durch unsere Türen marschieren, denn experimentieren wir, um die Viren zu realisieren. Die Schulaufgaben wollen wir tolerieren, so manches müssen wir notieren und lassen die Mama kontrollieren. Sie muss uns manchmal kritisieren, wenn wir die Aufgaben richtig sortieren, können wir uns bald miteinander amüsieren. Egal ob wir im Stand oder auf allen Viren, sollen die Viren kapieren, dass wir nicht für sie krepieren, sondern lieber Gedichte kreieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017